Der Hingucker des Tages ist zweifelsfrei Facebook. Wir haben Zahlen gehabt und die haben offensichtlich die Marktteilnehmer nicht glücklich gemacht und dafür gesorgt, dass wir heute ziemlich niedrig eröffnet haben, also einen ziemlichen Rückrauscher, was es hier entsprechend gab. Umso wichtiger ist das Ganze natürlich, wenn man das bedenkt unter dem Gesichtspunkt, kann man da drunter leiden? Ja, sowas kann natürlich passieren. Für uns gab es jetzt noch kein Long-Signal. Ihr wisst, für mich sind Long-Signale diese Zwischenhochs hier oder wenn der Kurs hier wackelig runtergekommen wäre, um dann hier irgendwo reinzukommen. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber es kann trotzdem auch mal passieren, dass sowas passiert, dass man drin ist in so einem Titel und dann erleiden muss, dass der Markt so viel tiefer aufmacht. Das ist für mich ein Grund, warum wir im Regelfall vor Earnings und gestern Abend nachbörslich, gab es hier die Earnings, in der Regel ungern kleinere Positionen, also im kleineren Marktumfeld aufmachen. Also auf Tagesbasis ist das durchaus kritisch, Intraday sowieso, denn wir müssen damit rechnen, dass es einen Gap gibt. Das ist sicherlich ein sehr großes, aber dementsprechend halten wir uns da zurück, weil wir eben versuchen, die Risiken einzudämmen. Das ist vielleicht nochmal als ein eindrucksvolles Beispiel. Ein zweiter wichtiger Punkt, obwohl wir das versuchen einzudämmen, kann es sein, dass wir vielleicht im Wochenchart oder vielleicht auf irgendeinem anderen längerfristigen Chart natürlich trotzdem so einen Gap erleiden müssen. Das ist wieder doof. Also ihr seht, ganz ausschalten kann man die Risiken nicht und dafür machen wir eins, wir haben immer relativ viele Trades am Laufen. Ich weiß, das ist für viele gar nicht so sehr beliebt. Dann sagen wir, hier muss ich wirklich fünf Trades oder zehn oder 15 gleichzeitig. Ich will eigentlich nur den einen, mit dem ich dann mal schnell Geld gewinne. Das Problem ist, sowas kommt vor. Das kommt nicht häufig vor, aber es kommt immer wieder vor. Und damit man hier nicht massiv darunter leidet, weil man sagt, ich habe die Hälfte meines Geldes hier auf Facebook long gesetzt, ist es sinnvoll, das wirklich auf breite Füße zu stellen. Dann leidet man darunter nämlich nicht so sehr. Klar, hier hat man dann einen Abverkauf, aber wir haben alle gesehen, wie das beispielsweise mit Enron früher mal in Amerika war, als die pleite gegangen sind. Oder Wirecard, ein jüngeres Beispiel. Einige von euch vielleicht erinnern sich daran oder waren wirklich mit dabei. Und dann ist es gut, eben nicht alles in wenigen Händen zu haben, sondern wirklich schön aufzuteilen. Ein Grund mehr, das schön aufgeteilt dann auch zu traden. So, wir wollen das Ganze allerdings jetzt nicht auf Facebook auf die Spitze bringen. Im Moment gibt es da nicht viel zu sagen. Bullish sieht es jetzt hier aktuell wirklich nicht aus. Da wird man jetzt abwarten müssen, ob die nächste Bewegung wirklich mal wieder steil nach oben geht. Dann wäre ich, wenn es wackelig runterkommt, durchaus gewillt, die Longseite wieder mitzunehmen. Also dann definitiv. Was ich jetzt überhaupt nicht sexy finde, ist, wenn der Markt wackelig nach oben kommt. Denn das, oder nicht nur wackelig, auch A, B, C ist auch ein Korrektivpattern. Ihr wisst das, immer so dieses Zwischentief, um dann die Fortsetzung zu haben. Also wenn wir hier auch irgendwie ein A, B, C-Pattern kriegen, dann wäre ich da auch sehr vorsichtig, was die bullische Seite angeht. Und wird Shorts nochmal vorziehen, ehrlich gesagt, in der Geschichte. Also ihr seht, so ungefähr, das ist die Sichtweise. Das muss man jetzt hier abwarten. Da muss man jetzt die erste Reaktion der Marktteilnehmer hier mal in petto haben. Wer jetzt Long ist und sich jetzt die Überlegung stellt, soll ich jetzt raus? Ja, gut, jetzt ist die Überraschung erstmal vom Tisch. Ich kann euch nicht sagen, ob er da nicht noch durchgeht und noch tiefer fällt. Ich weiß es nicht. Ein Vorschlag zur Güte wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, ja gut, jetzt haben wir hier dieses Tief gesehen. Setzen wir da drunter den Stopp. Ja, das wäre ebenfalls nochmal eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich kann euch nicht garantieren, dass der Kurs nicht irgendwie sowas nochmal macht. Das ist etwas, was wirklich offen ist. Im Zweifelsfall gilt für uns die Regel, raus. Und sobald eben das eine oder das andere Bild hier passiert, dann entsprechend reingehen in die Richtung Long oder Short. Je nachdem, wenn sich das hier dann mit Klarheit dann wieder bietet. Dann weiß ich aber, ich mache wieder keinen Blindflug, sondern bin wieder im normalen Geschäft mit dabei. Kurzes Wort noch zum Gap. Viele hoffen hier auf eine Gap-Schließung. Ich denke, die wenigsten hoffen, dass das innerhalb des heutigen Tages funktioniert. Das ist wohl weniger relevant. Eine Sache, die wichtig ist, Gaps sind die schnellste Form einer Bewegung, also einer Impulsbewegung. Wir können, müssen, dürfen also davon ausgehen, dass das, was wir hier jetzt gerade sehen, nichts anderes ist als ein, naja, starker Impuls nach unten. Und deshalb so wichtig, wie die Antwort jetzt darauf sein wird. So, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal schnell auf die Indizes. Das machen wir ein bisschen kürzer, damit ich euch nicht den ganzen Nachmittag hier wegquatsche. Der DAX kommt runter von diesem Niveau. Wir hatten da mehrmals darüber gesprochen, dass das sehr realistisch ist. Stichwort ist Gold und ist Euro gegen US-Dollar. Das passiert regelmäßig, wenn solche Situationen sind. Und achtet immer drauf, wenn ihr starke Bewegungen habt. Irgendwas dreiwilliges oder wackeliges sind das mögliche Indizien, um dann entsprechend Short zu gehen und eben nicht Long. So, jetzt haben wir zumindest mal eine gewisse Chance, dass wir hier eine Unterstützung haben. Also, wer mag, kann jetzt hier mal drauf gucken. Ich sag mal, ich lehne mich mal so ein bisschen aus dem Fenster. Schön wäre doch auch, wenn wir sowas hätten. Jetzt sind wir doch hier in diesem Unterstützungsbereich der Trendlinie, die zugegeben jetzt nicht die wichtigste, das wichtigste Kriterium ist für eine Entscheidung, aber eine gewisse Unterstützung vielleicht bieten kann. Geht es jetzt hier wackelig hoch, dann haben wir ähnlich. Die Argumentation ist immer die gleiche. Ich langweile euch bestimmt schon. Dann haben wir hier den entsprechenden ersten Teil und der Trigger wäre das Zwischentief dazwischen. Und wenn es eben doch nicht mehrfach wackelnd ist, sondern doch nur dieses, was er immer sagt, drei Welle hier, wer ist er? Also ich, ich bin er. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, dann hätten wir das hier als einen Trigger für die Short-Seite und hätten dann ebenfalls die Chance, dass es runter geht, noch weiter. Und wenn wir uns so weit schon nach unten entfernen, auch hier diesen Trendkanal dann deutlich verlassen, vielleicht dabei sogar diese Marke durchstoßen, dann würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen, ist dieses Szenario absolut nochmal realistisch mit Chancen auf eben nochmal tiefer und das, was wir da oben eben hatten. Schauen wir kurz auf die Alternativmärkte. Die Alternativmärkte, der Dow Jones ist zumindest im Future nochmal ein bisschen gestiegen, erstmal leicht überschossen über diese Marke, aber ich hatte es ja schon angedeutet, das dürfen wir nicht Millimeter genau nehmen. Das ist nicht, es geht um dieses Umfeld. Wenn er jetzt natürlich massiv weiter hoch liefe, wäre das ein gutes Zeichen. Noch ist da die Chance nicht vorbei, denn der Dow Jones zumindest mal sieht, was das angeht, erstmal dreiwellig aus. Markenbruch hier wäre erstmal die Fortsetzung und wenn wir hier in die Fortsetzung reinkommen, dann wird das bullische Bild relevanter. Boah, hier, Facebook geht runter, Dow Jones soll hochgehen. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Ja, Nasdaq ist, sagen wir mal, ein entsprechendes Bild. Hier haben wir zwar die Linie damals nicht eingezeichnet, aber ihr seht das noch hier, das ist natürlich analog zu den anderen Märkten auch. Jetzt aktuell erstmal runtergekommen und die jüngste Bewegung, natürlich auch unter den jüngeren Einflüssen hier, die jüngste Bewegung, die wir jetzt hier haben, allerdings die hauptsächliche Bewegung war ja schon gestern Abend hier, die sieht im Verhältnis dazu doch ganz schön, da müssen wir jetzt nicht überlegen, ist das schon die fünfte oder kommt jetzt noch die fünfte hinten dran, aber die nächste wackelige nach oben bietet die nächsten Chancen für nochmal steil nach unten. Also ihr seht, Nasdaq ist da nicht mehr so gut drauf und in der Gefahr, auch nochmal wieder überschneidend unterwegs zu sein, merkt euch mal, das Hof vom 26. Januar, also Abendstunden, wenn wir da durchgehen durch diese Marke, dann sind wir in der Überschneidung. Noch ein Argument mehr, dass das ein Countertrend ist, also es anschließend nochmal weiter nach unten geht, also rechnet damit, dass das durchaus passiert hier in diesem Fall. So, S&P abschließend nochmal, als letzten Blick drauf, natürlich im Wesentlichen genau das Gleiche, deshalb nicht wirklich was, das ist nicht der S&P, deshalb auch das Gleiche, aber ihr seht schon, S&P ist tatsächlich jetzt auch nicht großartig anders. Ich hatte gestern eingezeichnet, das war gestern ungefähr, so sah es aus. Leute, ich habe keine Ahnung, ob dieses Bild oder dieses Bild kommt, aber wir werden das vermutlich am Verlauf erkennen. und jetzt sehen wir, wir haben schon ein bisschen mehr, ich schiebe mal diese Linie ein bisschen zur Seite, noch kann man es nicht 100% sagen, aber es sieht im Moment eher in diese Richtung aus und wackelige Aufwärtswirbel, die müssen ja nicht da unten sein, es kann ja auch sein, dass sie hier oben schon wackelt, also hier irgendwie was. Schub runter, wackelig nach oben würde Shorts initiieren, also die Abwärtsseite ist da, auch noch längst nicht vom Tisch, aber noch will ich es nicht überdramatisieren, eine wichtige Marke wäre ungefähr 4.446, also das Hoch, achtet mal drauf in eurem Markt, weil das ist jetzt hier auf dem Future, 26. Mittagszeit oder Nachmittagszeit, was ist das, früher Abend, nee, Abend ist es, oder vielleicht sogar noch ein klein bisschen tiefer hier, also diese Hochs, je mehr die durchstoßen werden, desto klarer ist es, das, was wir hier vorne haben, ist nochmal in der Erwartungshaltung. Also im Moment ist das Bullische noch nicht komplett weg, weil die Abwärtsbewegung, kann sie noch korrektiv interpretiert werden, das, was wir hier haben von dem Hoch, ja, so halbwegs, dreiwellig würde noch gehen, ja, wenn er da jetzt irgendwann die Kurve kriegt, zum Beispiel den Schub hoch, wackelig runter, dann würde ich sagen, okay, wir sind immer noch im Geschäft, die Bullische Seite ist noch nicht vom Tisch, aber viel tiefer irgendwie, wenn wir sehen, die Überschneidung, dann wird das Ganze langsam kritisch. So, ich hoffe, dass es euch ein bisschen weiterhilft, dass ihr nicht so sehr leiden müsst darunter, vielleicht sogar das Ganze sinnvoll für euch nutzen könnt, da drücke ich euch die Daumen dafür. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, bis dahin euch alles Gute und liebe Grüße.